Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Outlaws. Ich habe gerade ein Update gemacht oder bei Sack machen müssen. Das Spiel hat mich dazu gezwungen, dieses Update zu machen. Und danach ging bei mir im Menü gerade gar nichts mehr. Jetzt kann ich wieder auf die Einstellungen gehen. Der hat hier einfach... Jetzt überspringt der das Ubisoft Connect. Seht ihr das? Jetzt geht's wieder drauf. Der überspringt einfach immer hier Sachen. Oh mein Gott. Also, ich spiele ja mit Controller, aber irgendwie... Jetzt bin ich an meiner Maus dran. Irgendwie kommt der gerade damit nicht klar. Ich weiß auch nicht. Wild. Naja, versuchen wir es mal mit Controller, wenn nicht... Muss ich umsteigen. Und ich kann immer noch nicht auf Crimson Dawn rüber. Das ging eben auch schon nicht. Jetzt kann ich gar nicht mehr auf ein anderes Syndikat. Cool. Ich kann... Was machen die? Dieses Spiel hat super funktioniert. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann mit Controller gerade nicht mehr spielen, Leute. Ich kann noch mal abmachen. Ne, das Problem hier ist immer noch. Aber auch... Ich hab's aber auch an der Tastatur. Nice. So viel zum Thema, wenn Updates passieren. Ich komme hier nicht mehr raus. Alles verbuggt. Geil. Das wird ja richtig lustig heute. Ich freu mich. Mal rummachen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Oh mein Gott. Was wird das hier? Ach du Scheiße. Die haben ein Spiel kaputt gemacht. Nein. Bei mir... Wisst ihr, ich war von diesem Update... Ich war von diesem Update-Fehler verschont geblieben. Ja gut. Jetzt anscheinend nicht mehr, ne? Eindruck bei Gorak. Kobels Geheimnis. Wasserfallvorratslager. Da. Da. Und da. Ich kann das auch nicht mehr anwählen. Das geht nicht. Jetzt... Ne, jetzt ist es wieder nicht angewählt, ne? Oh mein Gott. Die haben das Spiel kaputt gemacht, Leute. Hallo. Okay, wisst ihr was? Ich mach den Controller ab. Und spiel mit Maus und Tastatur, mit denen ich bis jetzt nie gespielt habe. Ähm... Cool. Nice. Danke für nichts, Ubisoft. Lieben wir. Ich kann... Okay, das ist meine Map. Wartet, wo bin ich? Wo will ich hin? Okay, da müssen wir ja wieder das Ding... Da ist mein Flugding. Machen wir mal Schnellreise. Ich hab keine Ahnung, wie die Kont... Also, wie die Tastatursteuerung funktioniert, ne? Ich bin grad kurz vorm Weinen. Okay, wie... Okay. Okay. Hier ruf ich meinen Gleiter. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Hier steig ich auf mit E. Oh Gott, das mit dem Fahren wird jetzt auch super toll. Okay. So, Leute. Wird jetzt spaßig, mich an eine neue Steuerung zu gewöhnen. Ey, guck ich. Ubisoft, ey. Manchmal... Wisst ihr, das Spiel hat so gut bei mir funktioniert. Gib ich denn hier Gas? Wow! Hör auf, Gas zu geben, wenn... Aus dem Nichts. Wo muss ich hin? Oh Gott. Keine Herausforderung abgeschlossen. Ja, Ubisoft. Komm, halt die Klappe. Mach lieber mein Spiel wieder ganz. Okay. Okay. Die Frage ist, hier oder oben? Nein? Okay. Lustig. Aufsteigen ist nicht gleich absteigen. Es ist... Es ist ein Traum. Beim Wasserfall haben sie das Zeug versteckt. Hinterm Wasserfall haben sie gesagt, ne? Okay. Hier ist halt nichts weiter. Oh. Oh Gott. Ei, ei, ei. Das Ding ist... Ich würde ja auch andere Sachen aufnehmen und so. Aber ich habe mich den ganzen Tag jetzt drauf gefreut, hier spielen zu können. Das will ich auch spielen. Dann lebe ich jetzt halt mit Maus und Tastatur. 100 Meter. Hm. Kai geht in die Richtung. Äh... Nope. Das ist immer noch nicht der richtige. Ach, Mann. Jetzt bin ich schon ein bisschen traurig. Okay. Wir haben Glück. Hier ist gerade zum Glück nicht viel Wasser. Wie... Wartet mal. Wie schieße ich denn dann jetzt eigentlich? Damit wechsle ich das. Ah, okay. Oh. Oh. Das... Kommt... Oh. Schösser. Was ist das denn? Ich habe hier noch keine bösen Tiere gesehen in dem Spiel. Moment, ich habe gerade kurz die Orientierung verloren. Nee, ich glaube, da ist auch nichts. Gott, irgendwo hier muss doch was sein. Hey, ich glaube, da ist auch nichts. Hier vielleicht? Oh, hier sieht gut aus, oder? Oh. 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 War das das? Man weiß manchmal... Nee. Nee, das ist wieder was anderes. Das Vorratslager wird hier unten angezeigt. Aber da war nichts. Also, manchmal komme ich mit dieser Karte echt einfach nicht klar. Hm. So, noch mal runter. Ich meine, immerhin... Ich muss mal ganz kurz testen, wie das geben soll. Okay, das wird ja spannend. Bin ich dann jetzt tot? Naja, fast. Au. Das tat weh. Was bist du? Bist du ein Händler, oder...? Hey, du! Hi. Material verkaufen. Bis bald. Ciao. Oh, jetzt habe ich den meinen ganzen... Toll. Ich dachte, ich kann noch mal gucken, was ich verkaufe. Kann ich nicht. Ist mir beim letzten Mal schon passiert, ne? Oh, ich trottel. Okay, er soll angeblich hier sein. Au. Aber ich war doch hier eben... Hier geht's nicht weiter. Ich stehe hier an einer Wand. Händler. Hä? Hä? Doch ganz unten. Hi. Ach, guck mal, ich kann die auch streicheln. Sehr schön. Na? Müssen auch das große Bauzimmer streicheln. Hier vielleicht in so einem Becken. Okay. Junge, Junge. Nee, falscheres Gang. Oh no. No, 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 no. Nicht wieder. Wieder tot. Oh mein Gott. Also, hier ist doch aber auch nichts hinter. Und hier ist auch nichts hinter. Hä? Oh mein Gott, hier. Gut, das habe ich nicht gesehen. Überraschung. Hey kleiner Bruder, ich habe deinen Vorrat gefunden. Und weißt du warum? Weil du ihn hinter einem Wasserfall versteckt hast. Ganz schön offensichtlich, meinst du nicht? Weißt du, in welchen Schwierigkeiten wir stecken, wenn du die Beute nicht ablieferst? Zum Glück ist deine schlauere Schwester hier, um die Kuh vom Eis zu holen. Ich habe das Zeug in Tante Nessas neuer Bleibel weggeschlossen. Sie ist neben dem Plateau südlich von Yauntas Hoffnung. Neben dem Plateau. Südlich. Hier ist Yauntas Hoffnung. Das ist rein... Also, wenn wir jetzt von ausgehen, dass das eine normale Karte ist. Also hier irgendwo, oder was? Was ist das? Eigentlich. Hm. Kann ich markieren? Ich setze mal da einen Wegpunkt hin. Toll. Der Typ ist von der eigenen Schwester beklaut worden. Was leuchtet da? Einfach nur so ein Ding. Oh, so eine Wegmarkierung. Dann mal los. Oh, es ist neben dem Plateau. Wo ist hier ein Plateau? Was definieren die als... Nein. Das wollte ich nicht. Was definieren die als Plateau, bitte? Ein Plateau ist doch eigentlich... So was wie eine offene Ebene, oder? Nein. Gott. Hier, das ist doch ein Plateau. Das da? Ja, hier. Da läuft jemand. Oh, ihr schon wieder. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt keine Lust, euch zu füttern. Geht weg. So. Wie benutze ich denn jetzt nichts? Okay, mit Kuh. Ich habe noch überlegt am Anfang, ob ich das Spiel mit Tastatur und Maus spiele. Äh. Ah, okay, warte, ich muss... Äh. Noch mal. Hey, halt das mal offen. Okay. Muss man überall einbrechen, ne? Okay, das lohnt sich hier gerade echt richtig mit Kisten aufmachen. Information geklärt, Tordens Zeitplan. Wie, Informationen geklärt. Das ist nicht das Haus mit Tordens Zeitplan. Ich klaue jetzt hier die eine Tante da. Okay, haben wir jetzt hier alles? Ja, ne? Was auf der Vorratslager? Okay, warte, was war jetzt mit Torden? Warte, wo ist Torden? Was sind denn jetzt Torden? Tordens Zeitplan. Abgeschlossen. Hä? Hab ich den jetzt hier auch gefunden? Aber der war doch ganz woanders angezeigt. Kannst du das für mich offen halten? Okay, hat noch gereicht. Aber hier wurde ja auch noch ein Schatz angezeigt, oder? Abenteurer. War das der Schatz? Ich bin mir nicht sicher. Okay, das ist aber nicht südlich. Das ist für mich westlich. Ich kann ja die Karte nicht drehen. Also ist hier dann Süden, oder was? Ja, hier. Bin auch dumm, ne? Südliche Wasserfälle. Okay, also das ist Süden. Dann ist das Norden, Osten, Westen. Ach du Scheiße. Dass man die Karte nicht drehen kann, das finde ich richtig scheiße. Okay. Was hat man denn jetzt noch? Kowels Geheimnis. Abgelehnt. Da müssen wir dorthin. Das Schmuggler versteckt. Wissen wir nicht, wo es ist. Hier wissen wir auch nicht, wo es ist. Das lassen wir erstmal. Wir haben das noch. Und das. Können wir da irgendwo schnell hinreisen? Hier, das ist ganz da drüben. Da waren wir noch nicht. Ja, dann fahren wir jetzt dort mal hin. Äh. Auto. Da. Warum eigentlich schön leise? Oh Gott. Oh. Wo ist mein Ziel? Wo muss ich hin? Oh mein Gott. Also das Fahren hier ist echt wild, ne? Ach, das war mein Nitro, ne? Uh. Achso. Ja, ich muss ja springen. Das müssen wir mal noch machen. Hä? Oh, da stand er nicht. Oh. Ich bin im Gebiet vom Galaktischen Imperium. Aha. Wie gesagt, ich war ja hier unten in der Ecke noch nicht. Oh oh. Ähm, das glaube ich nicht gut, wo ich hier hinfahre. Ich glaube, mein Auto. Das ist, also ich, ja, ich, ich sollte nicht einen Wasserfall runterfahren, ne? Das ist, glaube ich, das überlebe ich nicht und mein Auto auch nicht. Kann ich irgendwie rum? Alter, das Ding... Ich bin wirklich dead. Ich möchte gerne wieder mit Kontrollern hier. Ey, ich hab die Hände nicht an der Maus und der zieht trotzdem, wenn ich starte, immer nach rechts. Wo muss ich hin? Hilfe. Wie falsch abgebogen. Na gut, das Kind ist im Brunnen gefallen. Au. Ich war ja nicht gerade dabei, mich zu heilen, ne? Ist ja, ist alles gut. Ich weiß nicht, ich bin gerade total lost hier, wo ich hin muss. Hä? Oh. Ich sollte nicht hier sein. Ich speichere mal kurz. Alter, ich steig ab von dem Teil, ne? Es macht einfach keinen Spaß. Wie kann ich denn nix sein? Nein, oh, oh. Nein, oh. Okay, keiner hier. Kier ist irgendwie. Lager. Okay. Aber wie soll ich denn da rüberkommen, wenn ich hier runterspringe? Bin ich dead. Wie komme ich aus dieser Basis wieder raus? Ich meine, no risk, no fun. Wow. Danke für nix spüren. Okay, ich bin gerade eben hier schon lang. Okay, jetzt aber schaffen wir den Sprung, oder? Geronimo! Wann doch. Was siehst du? Siehst du was? 85 Meter. In meinem Sektor ist es ruhig. Ah, da drüben. Das sind ja zwei nebeneinander. Der rechte darf? Wartet mal. Muss mal ganz kurz. Das kann ich natürlich wieder nicht speichern. Ja, super. Achtet darauf, dass eure Blaster blitzblank sind, wenn die Offiziere kommen. Verstanden. Welche alte Wache. Scheint haben die Banden hier einen ganzen Wilderer Ring aufgebaut. Oh, das mache ich noch mal ganz kurz in eine Einstellung. Steuerung, Tastenbelegung. NAKMV. Hm. Gegner markieren kann ich. Achso, geht noch nicht. Ich wollte gerne. Dann muss ich den kompletten Nahkampf umlegen. Okay. Gut. Okay. Hey, Nix. Der Knopf, da drüben. In meinem letzten Gefecht war ich einem E-Netz zugeteilt. Hab eine Menge Rebellen umgenietet. Lageberechtigt, nicht zu verleten. Tü, 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 tü. Wiegt er sich da vorne? Sieht jetzt nicht so aus, ne? Er bellt die Lage, aber gut im Blick. Ich habe ein paar heftige Nächte in der Kantine verbracht. Nirgendwo kann man besser Dampf ablassen. Die Frage ist, kriegen wir das leise hin? Ich bin halt hier runter. Die gucken halt in meine Richtung. Nimm ich die Leiter. Na, ich weiß, was. Grund, okay. Was ist das? Der Alarm. Okay, der Alarm ist schon mal weg. Jetzt muss ich wieder hoch? Hä? Aber das ist bestimmt da oben drin, ne? Da komme ich so nicht rein. Kannst du von dem da stehlen? Ne, das war nicht das, was ich wollte. Und ich habe gedacht, wir kriegen von dem vielleicht eine Karte oder so. Den kann ich nur angreifen. Jagen das Fass hoch, aber pass auf. Okay. Gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt. Ich jage da hinten das Fass hoch und die kommen zu mir. Was ist das? Wie ist denn das hier? Ach, egal. Okay. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich bin einfach nicht da, geh weg. Ja, dann geh halt weg. Ja, ja, du hast mich gar nicht gesehen. Nix, die Tür. Ich bin einfach schon so lange hier. Okay. Kann ich sie... Kann ich sie nicht ablenken? Schalten wir den Alarm ab? Ja, mach jetzt mal den Alarm aus. Vor allen Dingen... Das ist der Alarm jetzt aus? Ja. Mach mal auf, Kumpel. Mach mal die Tür auf. Okay, alles frei. Okay. Genau, was ich wollte. Halt die Klappe. Mein Gott. Okay. Ich höre es manchmal aber auch so... Waaah. Warum ist sie so laut? Okay. Ich brauche hier ein Team für Ablösung. Ich brauche eine Ablenkung, nix. Schnapp das. Sichert diesen Bereich. Wieso steht die im Boden? Krass. Wieso? Das ist... Okay, jetzt bin ich auch im Boden. Na, Kacke. Alles gefixt. Gar kein Problem. Schön. Ja, cool. Also... Äh... Ubisoft hat das Spiel kaputt gemacht. Geh mal... Geh mal bitte hoch, Kay. Ähm... Ich bin... Ich kann halt auch nicht mehr aufstehen, ne? Also, ich... Ich komme nicht mehr hoch. Der Kommandeur kommt vor... Oh, verkräft. Das hat mir was anbringen. Was war das? Feindkontakt! Ja, die hängt im Boden wieder. Oh. Da habe ich mich wohl getäuscht. Zielpersonen verloren. Zurück auf eure Posten. Tschui, 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 tschui. Hey, ich bin eigentlich... Kommt hier nicht raus. Das Ding ist halt hier die Karte. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Kräft hier mal an. Okay. Kann sein, dass Nix jetzt im Boden hängt, ne? Okay, jetzt muss ich mir hier hacken. Ne? Komm. Ich kann hier nichts machen. Ach so, ich muss gar nichts machen. Ja, jetzt hängt Nix da unten fest. Ich hoffe einfach, dass er sich jetzt neu lädt. Gleich, der Kleine und beim Spawned. Wo der Herr soll ich das machen? Du machst Nix, ne? Tee. Okay. Da bin... Ach du Scheiße, ist das... Wahrscheinlich bin ich... Bin ich dafür absolut nicht geeignet. Okay, das eine... Warte, wie war das? Blau war richtig. Gelb ist auch, aber an der falschen Stelle. Okay. 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 Und? War das jetzt richtig? Nein, natürlich nicht. Fuck my life! Sehr gut! So. Dann... Okay. Ach, einfacher geht es kaum. Wacker, ich hab nen Datenblock von Crimson Dawn gefunden. Ob die den zurück wollen? Sonst verkaufe ich ihn an die Pikes. Crimson Dawn wird den haben wollen. Die Pikes auch. Danke, bist ne echte Hilfe. Gorak wird in der Kantine sein. Und solltest du an Crimson Dawn verkaufen wollen, ist ihr Lehrer auf dem Markt. Ähm. Pike oder Crimson? Ich möchte gerne das zurückbringen. Ich bringe ihn zu ihr Lehrer. Okay. War das jetzt mein Schatz? War das jetzt hier mein... meine... meine Aufgabe? Okay, ja. Das... Also, das hier sind noch richtige Schätze, Schätze. Aber mein... Ähm... Mein Dings ist erledigt hier, ne? Da bist du ja wieder. Sehr gut. Ach, gut zu wissen. Dass nix irgendwann wieder spawnen. Oh, guck mal, wie er an mir hängt. Oh, süß. Okay. Was hier? Ey, wer ist eigentlich nicht verkacken, ne? Kann ich hier hoch? Muss halt hier jetzt auch wieder rauskommen, irgendwie. Ja, also, da waren gerade viele Leute. Ist jemand in der Nähe? Hm, die beiden. Ich bin schon weg. Okay, ich weiß, wo ich bin. Hier bin ich ja vorhin schon lange geäiert. Was ist das da hinten für ein Gebäude? Okay. Ach, okay. Alles gut. Ich bin unten. Wir haben's geschafft. Wir sind reingeschlichen und wieder raus. Da hinten sind auch viele von denen. Okay. Ähm... Okay, wir waren auf jeden Fall schon mal jetzt in der imperialen Basis. Okay. Bringen wir ihr noch den Datenblock. Mh, waren die unten? Ich glaube, die haben auch. Oder waren die oben? Hier sind es nicht mehr. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Das Ding hier ist trotzdem noch der reinste Irrgarten. Also, kannst du mir sagen, was du willst. Ich verlaufe mich hier ständig. Auch jetzt wieder. Wo muss ich hin? Muss ich jetzt wieder hoch? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, okay. Doch, hier bin ich richtig. Hier sind Ilara. Guck mal. Ach, das war das von dem. Okay. Boah, ey. Man bekommt hier so viele Aufträge. Den haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht leergeräumt gehabt. Doch, den haben wir leergeräumt. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo? Ich hänge. Okay. Gut. Haben wir das auch erledigt? Guck mal, ich kriege den Essensstand jetzt angezeigt. Sehr schön. Das haben wir. Das haben wir. Das müsste man auch immer noch machen mit den gefälschten Credits. Das sind, das ist das, wo wir gerade waren. Können wir das irgendwie einklappen? Nee, ne? Okay. Schmugglerversteck. Ein Datenblocknachricht enthielt die Koordinaten eines Verstecks. Der Berg befindet sich südwestlich vom Typhonfelsen. Naja, ich muss ja hier zurück scrollen. Okay, wir haben ja gelernt, hier ist Süden, dann ist hier Westen. Aber wo ist der Typhonfelsen? Oh, ich habe ja meinen Marker noch. Wahrscheinlich das hier, oder? Ist das hier der Typhonfelsen? Ich wüsste nicht. Was soll ich denn wissen, was hier der Typhonfelsen ist? Könnte auch das hier sein, oder? Also manchmal ist das schon wild. Warte mal. Wenn das hier der Typhonfelsen ist. Südwestlich. Das könnte ja hier überall sein. Warte, was hatten wir noch? Havarierter Kleid da. Der Brunnen befindet sich an der Flussgabelung südlich von Toshara. Ja, der ganze Planet heißt Toshara. Nein, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht auf der Karte was finden. Weil der Planet heißt Toshara. Was heißt südlich von Toshara? An einer Flussgabelung. Könnte, also vielleicht meinen die ja hier, hier das. Hier ist die Luftspielung, Gröllwald. Die verlorene Steppe. Südliche Wasserfälle. Achso, warte mal. Die Flussgabelung ist südlich von Toshara. Hier dann. Das ist die südlichste, die es gibt. Ich meine, da könnten wir mal hin. Haben wir irgendwo einen Schnellreisepunkt? Hier. Ist der schneller wie von da? Ich denke ja noch. Ei, ei, ei. Okay. Ne, Fatschknopf. Was war mein Gleiter? Doch. Da. Ist gut. Nicht durchdrehen, Gleiter. Alles ist gut. Oh Gott. Moment. Oh Gott. Das ist mit dieser Maus, ne? Warte. Pack die Maus wieder in die Mitte. Und lasse sie los. Und fahre nur mit Tastatur. Oh Gott. Okay, wo ist mein Wegpunkt? Da. Das war nur 30 Meter. Das war nicht schnell genug. Warte, war das ein Fluss- oder eine Weggabelung? Moment. Der Brunnen befindet sich an der Fluss-Gabelung. Okay. Ein Brunnen. Hier ist eine Fluss-Gabelung. Guck mal, wie schön das hier im Wasser auch alles aussieht. Mega. Okay, ist hier ein Brunnen? Das sieht so aus. Also hier geht es auf jeden Fall runter. Man weiß ja nicht, was die als Brunnen hier definieren. Nehmen wir da noch ein Stück rum. Ja, da ist er. Ha! Was gefunden. Okay. Schatzgeborgen. Kaschuda-Grube. Ja, nice. Okay. Dann war es das hier schon. Guckt mal. Sehr cool. Dann würde ich sagen, klettern wir aus diesem Brunnen hier wieder raus. Liegt noch was? Also es ist immer sehr praktisch, dass das kleine Nix-Symbol da ist. Ich weiß nicht, ob sie alleine alles sehen würde. Ich glaube nicht. So, dann machen wir Schluss für heute an der Stelle. Sorry für diese katastrophale Folge. Also das ist ja heute alles wild hier. Also wirklich. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass die jetzt nochmal ein Update bringen und das bei mir alles dann wieder funktioniert. Weil, wie gesagt, mit dem Controller spielen finde ich gerade weitaus angenehmer als mit Maus und Tastatur. Aber ich habe halt jetzt einmal mit Controller angefangen, ne? Ach ja, so ist das. Naja, hoffen wir mal das Beste. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.